Right side ready! Right side ready! Right side ready! Ready! Fire! Hahahaha! Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen, aber feinem Video zu Black Wake. Black Wake ist seit, ja, ich würde es gestern sagen, in dem Moment, in dem ich es aufnehme, im Steam verfügbar und ist schon, glaube ich, seit anderthalb Jahren in einer Closed Alpha, wo man spielen kann und wo manche Leute Zugang zu hatten über Kickstarter und Co. Jetzt wird das Spiel im Steam released und ich fühle mich so ein bisschen dazu verleitet, das Video zu machen, denn es gibt noch Probleme. Das Spiel ist positiv bewertet, was daran liegt, dass das Spiel auch unglaublich geil ist, aber es gibt einfach noch ein Problem. Und, ähm, es wird gleich im Spiel alle 30 Sekunden gefühlt für ca. 1-2 Sekunden so einen Slowdown geben, was die FPS angeht. Und es wurde schon bestätigt, dass dies natürlich ein Fehler ist vom Spiel und nicht von jetzt meinem Rechner oder so. Ähm, sie aber diesen Fehler noch nicht finden konnten und es wohl noch ein klein bisschen dauert, bis das gefixt wird. Heute morgen kam ein Patch, ob es das behoben hat, das sehen wir sowieso gleich, weil spielen wollte ich es eh. Ähm, aber wir starten jetzt erstmal eine Runde. Es ist ein Piraten-Flotten-Kampf. Piraten gegen die britischen, ähm, äh, Marine, äh, gegen die Segler, ähm, Matrosen. Und, ähm, ja, es ist ein BVP-Spiel. Es gibt einen Käpt'n auf dem Schiff und eigentlich ist es ziemlich geil und ich freue mich da sehr drauf. Und, ähm, ja, aber, äh, ja, wir gehen einfach mal zusammen in den Server-Browser. Wir starten einfach mal zusammen. Ähm, wir nehmen... Eigentlich hätte ich gerne ein Flottenspiel, das hier. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ähm, es geht darum, halt die gegnerische Flotte zu besiegen, zum Sinken zu bringen. Man, ähm, kann sein Schiff reparieren, man kann Wasser abpumpen, man kann Kanonen beladen, Kanonen feuern, man kann, äh, mit Seilen und Enterhaken, Schiffe entern, rübergehen, den Käpt'n töten, äh, Nahkampf, Fernkampf, ähm, alles Mögliche. Alles ziemlich cool. Wie gesagt, der Käpt'n, der gibt die Befehle. Die Crew führt das Ganze aus. Und, ähm, ich warte halt auch schon seit diesen anderthalb Jahren auf dieses Spiel, weil ich habe damals über Kickstarter keinen Zugang mehr bekommen. Die wurden sehr schnell gekickstartet, dass ich leider zu langsam war, was das angeht. Und, ähm, deswegen habe ich keinen Zugang bekommen. Im Nachhinein war es auch irgendwie nicht mehr möglich. Jetzt kann ich es endlich spielen und jetzt gibt es so einen blöden Fehler. So, leider ist der Server voll gewesen. Ist natürlich auch klar. Äh, die haben ein paar mehr Server bekommen, aber es ist momentan ein riesen Anstummer auf das Game. Und, ähm, irgendwie finde ich es auch ein bisschen schade, dass die dann wahrscheinlich sehr viel Flugg bekommen werden. Momentan hält sich das noch in Grenzen, weil die Leute das mit den FPS auch irgendwo akzeptieren, dass es ein Fehler ist. Und, klar, es muss behoben werden. Und, äh, das Spiel hat sehr viel Potenzial. Und, äh, ja, ich nehme euch die Kommentare schon vorweg. Es ähnelt Sea of Thieves. Aber ich hatte von Black Lake, äh, gehört, bevor ich von Sea of Thieves gehört habe. Und, äh, Sea of Thieves ist ja auch schon seit 100 Jahren in der Versenkung verschwunden. Und da gibt es ja auch irgendwie nichts Neues mehr. Ähm, sollte ich jetzt nicht auf den Server kommen, weil gerade wieder alles voll ist, werde ich einen Cut machen und auf den Server gehen. Und dann werde ich die Aufnahme starten, wenn ich drauf bin. Aber so kann ich immer noch ein bisschen mit euch quatschen. Wenn euch das Projekt, wenn ihr gleich ein bisschen Gameplay gesehen habt, allgemein interessiert, dann würde ich mich auch bei dem Video trotz der ganzen blöden Fehler sehr über euren Support freuen. Und, ähm, sobald es behoben wurde, ich bin, ich folge ihn da überall, wo es Infos gibt, ähm, und sobald ein Fix draußen ist, wird es dieses Projekt sehr wahrscheinlich aktiv auf diesem Kanal geben, sofern das Video hier gut bei euch ankommt. Ähm, und ihr, oder das Spiel, es muss ja nicht dieses Video sein, es ist das Spiel an sich, wenn euch das Game interessiert. Ähm, dann werde ich nämlich versuchen, das mit den Troubletown-Jungs zu spielen und da eine eigene Flotte zu machen. Ähm, dass wir da immer zusammen schön auf einen Server gehen und, ähm, da ich oder irgendwer als Captain fungiert und wir da richtig schön PvP-Multiplayer machen. Ich bin jetzt leider wieder auf dem Server connected, wo nur ein Platz frei war. Und das wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Ich sollte mir irgendeinen raussuchen, wo gerade zwei, drei Plätze frei sind. Aber, es war schön, so konnte ich in Ruhe alles erzählen, was ich euch erzählen wollte. So, wir drücken mal Refresh und gucken mal, was Sache ist. Hier wäre Platz frei, aber da ist der Ping suboptimal. Und hier seht ihr schon das direkte Standbild, das sieht nämlich schon besser aus. Das war nämlich, glaube ich, gerade nicht der Fall. So, wir gehen in die Piroden und die Black Pearl ist ja schon voll, dann nehme ich Pirate Ship, ja. Und da gehen wir drauf, ich möchte nicht als Captain promoted werden. Jetzt kann man hier sein Inventory auswählen, also was man haben möchte. Hier mit Haltmann sehe ich, ja hier, keine Ahnung, erstmal eine Pistole auswählen. Nehme ich die Standardpistole, eine Nahkampfwaffe, nehme ich den Rapier. Und jetzt geht's los. So, und das sind diese Legs, die es immer gibt. Und das ist das große Problem momentan. Es geht übrigens schon los. Und da ist unser Chef. Unser Captain redet auch. Unser Captain hat auch schon Captain Hood. Und jetzt geht die los. Ja, das sind unsere anderen Piraten. Und da ist wieder das, was ich meinte. Habt ihr gesehen? Diese ganz kurzen Slowdowns. So. Aber, jetzt wollen wir erstmal die Kanonen belachen. So, Gunpowder ist beim ersten Mal schon drin. Jetzt habe ich hier die Fackel. Und, warum schießen die auf uns? Das sind auch Piraten! Ha! Team Attack gibt es leider sehr oft, weil die Leute das Spiel nicht verstanden haben. Haben wir jetzt hier eine Breitseide abbekommen? Soll ich den Reparaturhammer rausholen? In der Wert. Sieht alles gut aus. Sieht alles gut aus. Wir haben doch keine Breitseide abbekommen. Ja, auf jeden Fall die Grafik. Ich finde das Spiel so nice. Ey, warum läuft es nicht richtig? Please fix it, Black Wake. Ey, ich habe so Bock. Ich habe richtig, richtig Bock. So, unser Captain steuert erstmal die anderen hinterher. Ich mache mich bereit zum Schießen. Eigentlich will ich auch... Ich trinke erstmal was. Ein bisschen Alkohol kann nicht schaden. So, man kann auch hoch. Theoretisch. So, wir nehmen den Leider mal wieder. Überall ist eine Kanonenkugel drin. Hier ist noch was nicht beladen. Warum ist hier so Triple-Dick? Cannonball. Okay, es scheint hier mehr drin zu sein. Oder was anderes. Oh, nicht rammen! Das ist eine Inselkollege! Captain! Da hinten sind sie! Da sind unsere Feinde! Ran an die Kanonen! Ja! Ja! Prepared! Captain! Wir gucken! Okay! Oh nein! Ready, Black! Piratenschiff im Weg! Und Feuer! Damaged Enemy Ship! Ja? Willst du nur gesagt haben! Feuer! Ich hab getroffen! Mein Controller vibriert leider nebenbei. Gott! Wir brauchen neue Kanonkugeln! Reload! Erstmal Powder! Erstmal Powder! Erstmal Powder! Erstmal Powder rein! Oh! Kurze Stumpel wieder! Cannonball! Need Shot! Wir brauchen erst'n Shot! Load! Das muss jetzt da reingedrückt werden! Wieder nach vorne schieben! Oh Gott! Kommen die rüber! Jetzt gibt's Stress! Mich hat's genau in dem Moment erwischt, wo ich auch schießen wollte! Schiff! Was unter Wasser! Respawn! Okay, okay! Unser Schiff ist noch gut! Das Schiff da ist nicht mehr gut! Da vorne! Die letzten Lebenden! Boom! Den hat's erwischt, Captain! Hey! 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 Kollege! Du bist ein Pirat! Das da sind die Juritäter! Nachladen dauert ewig in dem Spiel! Aber so ist das! Einen nehm ich noch mit! Oh nein! 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 Gib! Ehhahaha! Mit der Blunder! Repair the noise! Ich repair, Captain! Nur den Repairhammer raus! Ich bin schon dran, mein... Wenn einer mit draufhauen würde, würde es schneller gehen! Und reload the guns! Still repairing, Captain! Mit der Vers Haiti die nerven! Tut Nicht ansonsten, gebrauchen! ich zieh uns ran ich nehm die kleine hier ich hab mich kapitän ich schieße immer auf die segel wir brauchen neue kugeln alles klar shit aber die haben gut kassiert wir haben unseren kapitän verloren sind alle ganz geladen ich bin ready zum schießen die kannons sind bereit die kannons sind bereit die kannons sind bereit repariert wird da oben schon das hier oder das piratenschiff ich habe so viel spaß wir wurden frontal gerammt ich habe spaß wenn jetzt noch die legs weg wären ach du scheiße ich wollte gerade auf die waffe weg weg die 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 unsere flotte hat noch ein ich kletter mal hoch ja, ich brauche dich hier, du bist mein zweites Onboarding ich habe immer schiss hier hoch zu gehen ok ok es ist ein guter Tag für dich ich mache den Outlook ich gucke von oben runter nebliges Wetter heute, Captain wieder runter wir haben schon einen guten Outlook oh, wieder runter vom Schiff rechtside ready rechtside ready the sails jetzt muss ich wieder nachladen supplies 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 ah, die supplies müssen von innen immer geholt werden cool ok der Captain spielt auch richtig mit und und der ah, shit dead ahead and to the right ah, das ist schon schön das ist schon es ist schon schön ja, ja ich sehe, ich sehe ich sehe ich sehe, ich sehe ich sehe, ich sehe wünsche, Captain Deutschland Aus Die Black Pearl kommt da, der Captain, der Black Pearl redet mit uns! Left side ready! Fire! Fire! Nice, mein Hund! Reload, reload. Hello, the guns! Ohhhh! We cover... We cover the holes. There's one in the Captain's cabin. There's one. On the main deck. We're sinking! It's active! She's already used. The drink! Reloaded. Repair the nose. Repairing the nose. The nose is fine, isn't it? Yeah, the nose is fine. Fucking dead! Repair the sails. Repair the sails. I'm prepared to ram. Oh! This day is beautiful. Merrick, we're coming in for you. Hold on, Merrick. Ah, shit. We will avenge you, Merrick. Those guys are going down. Ready, goings. I'm ready! Ready! Ready, ready. Let's go, guys! Ready to ram, boys? Ready to ram, boys? Yeah! Fire! You were shot in the head? Und jetzt? Lord! Power them, guys! Power them! There was just a lag. But I killed the Captain. The Captain got killed. Everyone was shot in the head! At the top of the head! Hey, guys! We're doing this! Hey, guys! Hey, guys! Man, we are good! If we are good at the distance, guys! What are you guys? Hey! This is a good game! gemacht. Leute, wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst wie gesagt gerne ein Like da. Ihr seht, bis auf die Lags ist das Spiel schon ziemlich witzig. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen und wenn das schnell gepatcht wird, weil auf Black Rake hätte ich echt Bock und das mit so mit einer Crew zu spielen auf einem Schiff, weil ich glaube auf einem Schiff sind sieben Leute und dann so reine TT-Gruppe oder so, das wäre der Oberhammer. Also Leute, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.